Jo und alle willkommen zurück zu Let's Plays Video 2, wir nähern uns dem Finale, Finale Mission bis jetzt. Es geht weiter. Wir sind dabei, ähm, jegliche Häfen einzunehmen. Und wir müssen weiter nach Eisen suchen. Denn unser Eisenbergfäcker von ist ausgegangen. Da ist Eisen, okay. Wunderbar, GG Spiel. Äh, wir wissen, dass hier oben Eisen ist und deswegen würde ich sagen, außerdem bauen wir eben so hier Eisen ab. Ich hab wieder irgendwo in die Tegrabracke besetzt, weil ich toll bin. Wir reißen das mal hier ab und können wahrscheinlich. Nö, können wir nicht. Ich dachte eben noch, dass wir hier noch ein Gebäude bauen konnten für, äh, zum Abbauen von Eisen. Aber das können wir offenbar doch nicht. So, ich glaube, hier konnte man Eisen abbauen. Ich bin mir aber aktuell nicht so sicher. Hier konnte man Kohle abbauen, okay. Hier war übrigens Massenschlacht, falls sich jemand erinnert, dass ich die Festung eingenommen habe. Mit allen möglichen Soldaten und Schiff auf Anweisung. Dann schicken wir es mal los. Wie gesagt, wir, ähm, das werden wir erstmal nicht machen. Und, ja, dann haben wir die Fläche noch hier drüben. Ich weiß auch gerade, wo das Schiff ist. Schiff? Wo fährst du hin? Da ist es. Okay. Schau mal, ob wir es noch irgendwo anders hinschicken können. Genau, hier ist die Insel mit dem Portal. Ist das nicht? Ah, da ist die Insel mit dem Portal. Eisen erst gefunden, Geologe. Ah, der fährt ja unten lang, genau. Wohin fährt er jetzt? Genau, das ist auch das Schiff. Okay, ähm, jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es ja noch eine Insel? Ich glaube ja. Oh ja, ich glaube, es gibt noch eine Insel. Na komm. Wie ist der Gegner bei der W? Aber sowas wollen wir nicht in den Hafen setzen. Bam, Hafen errichten, bitte. Was auch, wenn nicht gibt es hier nur Ressourcen. Das heißt, es rechnen sich erstmal nur, hier in der Wachstube zu bauen. Vielleicht nicht mal hier, sondern vielleicht eher sogar sowas wie hier. Oder ein Wachtturm einmal. Ich versuche es mal mit hier in der Wachstube dann. Okay. Ja klar, da muss einmal außenrum fahren, ne? Hier ist zu. Hier auch. Genau, die Insel gehört mir jetzt. Hier muss ich neu drüben noch eine Barke hinmachen. Und genau das gilt hier auch. Aber dazu brauchte ich so Daten. Genau, was wollte ich machen? Hier gab es... Hier gab es nämlich, ähm, Kohle. Na komm, wir bauen jetzt hier... Und hier gab es Eisenerz. Und außerdem gibt es hier hier Holz, ne? Also das werden wir wo hier bauen. Wir werden jetzt hier... Schön, ne Schlosserei bauen. Und, ja. Genau. So sieht's aus. Ich hab auch keine Steinbruchtypies mehr. Ach ne, die hab ich nur, die sind noch nicht da. Okay. Genau, und hier ist der Gegner. Offenbar hat der Gegner keinen Hafen. Sonst verstehe ich aktuell nicht, warum er noch nicht die Möglichkeit genutzt hat, diesen zu nutzen. Ach so, doch. Hier ist irgendwas. Aber es kann auch sein, dass er... Na, das werden wir ja sehen. Also in dem Fall würde ich sagen... Also bauen wir das mal aus. Weil es könnte ja sein, dass... Hier ein Gegner ist. So, muss man aufpassen, dass... So. Das Eisen ist aber Kohle. Okay, das reicht mir eigentlich schon als Information. So, dann hier ist Kohle. Und hier ist Eisen. Hier ist ne Eisenschmelze. Und hier ist die Schlosserei. Die Schlosserei braucht nämlich Holz. So, bam. Gebäude errichtet Hafen. Ja, es könnte sein, dass hier ein Hafen vom Weg... Ne, kann nichts sein. Warum kommt es von hinten? Wahrscheinlich ist es so überlappend. Ich weiß nicht, ob der Gegner ist, tatsächlich. Ich glaube, ich wollte noch ne Expedition vorbereiten. Expedition vorbereitet. Ich kann sie ja auch abbrechen. Ich kann sie ja auch abbrechen. So, wir bauen jetzt hier bei der Baracke. Wir bauen auch mal hier bei der Fischerhütte. Wir haben ja unsere Produktion so eingestellt, dass auch... Fischerhütten gebaut... Also Angler gebaut werden. Also Angeln. Damit Leute angeln können. Was machen wir sonst mit der Angeln? Keine Ahnung. Jemanden... Nen Cent wird schmieren mit einer Angeln. Ja, genau. Das mache ich mit meiner Angeln jeden Tag. Also wenn ich eine Angeln sitzen würde. Zumindestens dann. So, wir können also sehen. Einstellen, dass die... Auf... Immer nur sehr, sehr wenig halt haben. Also, weil ja nicht sowieso schon null ist. Aber egal. Aber egal. So. Ich will hier noch eine Streitestelle haben, wo ich Militär herstelle. Es geht mir nämlich alles etwas zu langsam. Deutlich zu langsam tatsächlich. Deswegen bin ich immer gespannt, wenn dann mal endlicher Zeit die Gebäude hier eingenommen sind. Sonst hier bin ich gespannt, was hier ist. Aber es wirklich hat... Oder das ist halt quasi nur so ein Überbleibsel ist. Dann... Will ich hier den Hafen zu haben. Also ich will dann, dass da eine Barke steht, dass er sich einnehmen kann. Ja, so wie ich hier... Ich habe halt keine Soldaten mehr. Oh, schlimm. Jetzt ist die Wachstube fertig. Man sieht übrigens hier das Auge. Hier sind wir... Im Auge. Und sieht man hier oben das Lied. Das geht hier oben rum. Und hier... Und was auch immer das hier sein soll. Das ist die Nase. Das können die Nase sein, ne? Das können die echt die Nase sein. Aber ich bin halt gar nicht Militär stark genug, um es einfach durchzurennen. Leider. Aber was wir machen können, ist hier... Später, um zu bauen. Dann sehe ich nämlich, was hier ist. Das ist echt voll praktisch, merke ich gerade. Das ist echt voll praktisch. Dann sehe ich hier nämlich schon mal Stuff. Ja. Und es passiert nichts. Das ist schade. Ja, das wird ja bald fertiggestellt worden sein. Danach habe ich wieder Leute, die Essen herstellen. Und dann kann ich... Ähm... Mehr Essen herstellen. Ja. Kann ich mehr Essen herstellen? Ich... Hier war glaube ich nur Kohle. Was sind vier für Russwaffen? Also wenn es hier eine Stelle gibt, wo ich Eisen und Kohle abbauen kann, dann... Huch. Huch! Oh, wir hätten das Schiff von mir hin. Ah, der nimmt eine Abkürzung hier rüber, oder wie? Hä? Okay, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Das ist wohl der kürzere Weg hier rüber, oder wie? Weil was ist das hier oben denn dann? Das ist ja auch meine Erlösungskarte, muss auch nicht. Also weil ich... Weil ich mir so unterge-scrollt ist, aber ist egal. Ja, das Schiff macht jetzt den... 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 Den Umweg. Eisnärzt gefunden. Perfekt. Dann würde ich sagen... Ist das die Stelle der Stelle. Also erstmal werden wir den Holzhörter, das hier roden, werden wir hier schön dicken Fett in den Holzhörter einbauen, der das mal alles Firmback macht für mich. Das ist die einzigsten. Das ist einmal nur die Stelle hier. Und die Stelle. Das sind die einzigen beiden Stellen. Okay. Dann machen wir mal hier den Hafen hin. Einfach... Albersköln. Alter, wie viel steinlich gibt es denn hier? Weil die hier da hinten lohnt sich halt gar nicht. Also wirklich nur 0,0. So, was wir hier machen ist... Ähm... Wir bauen hier Eisen ab. Und hier Kohle. Ich denke mal, das war jetzt schon allen klar. Ähm... Was ihr aber vielleicht nicht gewusstet ist... Dass wir hier ein Lagerhaus bauen. Bäm! Oder einfach ein Out of Contacts irgendwo anderes Gebäude. Ähm... Ne, dass wir hier... Die Eisenschmelze machen, wir hier die Schmiede. Und dann stellen wir noch quasi ein, dass das hier nicht hingebracht wird. Falls irgendeiner meint, das wäre eine gute Idee. Jetzt wird schön ins Lagerhaus hier oben hingebracht. Genau. Außerdem wird hier auch kein Alkohol gebracht. So. Das machen wir nämlich hier unten, da, wo der Holzfäller gerade ist. Oh, da läuft ein Soldat hoch an dem Gebäude ein. Das gefällt mir. Bäm, 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 bäm. Die Damm klitschen. Ähm... Ja, in endlicher Zeit habe ich dann auch genug Soldaten, um die was einzunehmen. Und hier kann nichts passieren. Hier sehe ich's. Und könnte handeln. Genau. Jetzt ist halt doof, ne? So. Außerdem kann ich nämlich hier wieder Stein erfahren. Also das ist mal eine Map. Ich erinnere mich halt in die ersten Maps noch wirklich sehr gut. Also so semi-gut, sagen wir's mal so. Ähm... Und da hatten wir halt echt Probleme mit... Das ist allgemein mit... Steinen. Das lag vielleicht daran, wie ich gebaut hab, aber... Das ist schon irgendwie komisch. Nö, das bringt mir nichts. Das ist doch schön für den Hafen. So. Auch wenn ich gar nicht genug Essen hab, um das zu unterhalten. Ist egal. So. Wunderbar. Ja, und die machen auch nichts mehr, ne? Das ist super. Okay. Ich glaub, was wir jetzt brauchen, ist echt Werkzeug. Und deswegen werde ich die Schmiede mal ganz kurz auf ausstellen. Ähm. Wir werden jetzt ganz viel Werkzeug herstellen und ganz viel essen. Wie immer halt. Ich denke, ich werde dann... Zumindestens, äh... Genau. Das nicht ganz hoch machen. Den Rest mal eher so... Auf gering. Eher so auf gering, ne? Weil das brauchen wir jetzt eigentlich eher nicht mehr alles. Weil wir jetzt einfach nur noch auf... Heavy Metal Metal gehen. Äh, das sieht aus. Peter besetzt. Nice. Ich seh vor allem die eine Barke, die hier waren, wo ich jetzt nicht. Aber ich seh, was er hier alles hat. Kann ich gar nicht mehr hören. Ich seh hier den Hofplatz hier. Hat er überhaupt... Aber ich schau mal, man schau jetzt hier von gelb an. Gelb hat tatsächlich Münzen. Aber... Nicht so viele. Wo eigentlich? Wahrscheinlich hier. Wo er denn ziemlich zu Uschen wird. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Blick aufs Portal, ne? Hey, wenn ich hier einen Hafen will. Das muss hier ein größerer Turm sein. Das kann nicht das sein. Okay. Wer ist schon mal geklärt? Wer kommt denn hier? Gönn ihn. Gönnt! So. Ich hab irgendeine Festung besetzt nach Endtierzeit. Ah, hier. Okay. Die ist gar nicht so wichtig, tatsächlich. Weil hier passiert halt nichts mehr. Also dass die KI da ist. Gab's keinen Weg mehr. How to ineffiziv Wege bauen. Ich brauche mal den Weg besser. Ich werde angegriffen. Da hat jemand dicke, fette Eier. Aber auch ziemlich viele krasse Soldaten. Wie kommt denn der jetzt, mich anzugreifen auf einmal? Das ist wirklich total auf und aus dem Kontext. Huiiii. Drifterstein. Das wäre sehr lustig, wenn der... Schade. Da hat jemand auf einmal ein dicker, fette Eier bekommen. Darf man das überhaupt so sagen? Er traut sich zumindest sowas. Weil ich die Festung gebaut habe. Ja. Ich glaube, ich habe eine Dapel verloren und ja mehrere. Grün hat... Grün fällt immer noch Minzen her, mit der Stärke so. Mit der Stärke so. Boom. Habe ich angegriffen. Boom. Keine Rohstoffe, Steinbruch. Schade. Okay. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Stärke noch eher alle ist, als die Heizfachstube eins zu haben bekommen hat. So. Er sucht nochmal. Okay. Ich schicke mir mal noch Polizisaten runter. Ich gehe einfach aus. Wie kann er sowas nicht angreifen? Wie kann er sowas nicht angreifen? Ich gehe eigentlich von aus als Gewinne, weil ich mehr krasse Leute habe. Wir hatten ja schon oft das Phänomen, dass die KI meinte, mich anzeigen zu müssen. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist... Aber was ich gerade gemacht habe, ich habe schnell Soldaten irgendwoher erzeugt. Falls es nicht klar war, was die Situation war, dass ich Gebäude einfach leere, weil die Gebäude hinten, die können gar nicht angegriffen werden. Die werden hoffentlich auch nie angegriffen. Es geht primär um die beiden Festungen, die gehalten werden müssen. Die eine ist halt voller krasser Subjuts. Und er kann gar nur mit den beiden Gebäuden angreifen. Ich fahre mich auch gerade, woher das kommt. Ich meine, die KI... Da geht ja nicht ganz random eigentlich. Eigentlich. So, ähm... Was wollte ich machen? Ah genau, ich wollte den Weg verbinden. Ich wollte hier eine Mühle bauen und hier eine Mühle bauen. Und außerdem ist hier eine Bäckerei, habe ich gehört. Das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Also, dass ich unten vielleicht noch Füschenhütter machen könnte. So, und hier ist übrigens ein Brunnen. Das ist hier. Okay, aber wir haben hier drüben noch diese unendlichen Ressourcen an Kohle. Äh... So... 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 Die müssen jetzt mehr Senat drin sein, genau. Ich habe ja gerade ein bisschen geleert. Aber der hat es halt auch komplett aufgegeben, ne? Aber ich habe den auch nicht provoziert. Aber den habe ich auch nicht provoziert. Der kam nicht out of context. Ich muss jetzt mal anfangen, Gebäude zu leer. Die... Der ist schon leer. Okay. Hier auch. Keine Gebäude... Also... In friedlichen... In friedlichen... Beuten... Keine Soldaten mehr. Es gibt dann zwar quasi keine Fallback-Lösung. Aber ich denke mal, da kommt... An den beiden Festungen nicht vorbei. Er hat ja immer noch irgendwo Gold herstellt, ne? Kohle gefunden. Okay, hier ist viel Kohle. Warum brauchst du denn nicht viel Kohle ab? Warum haben wir hier Kohle ab? Oh, perfekt. Wir haben hier wieder... Wir gehen natürlich unten lang. Dann hier... Wir können nämlich hier auf jeden Fall... einen Bauernhof setzen. Und hier eine Schweinezucht. Und dann hier eine Flascherei. Und dann hier eine Flascherei. ja... Häh. Dann hier... Häh. Genau. So ja, die... die... Die Barken... ... in den Häfen sind halt eher so... .. Semida, ne? Merkt er schon, ne? So. Immer läuft es jetzt hier besser. und ich baue Essen ab. Wir können ja bisher hier Deutsch bauen, ne? Ich wollte es nochmal sagen. Auch wenn ich es halt überhaupt nicht mag. Oh, kommt ein Liter Typ an. Mit den Soldaten ausrollen. Aber... Es geht gerade nicht anders. Weil wenn der anfängt, mich wieder anzugreifen, dann... sollten die Festungen schon mit voll mit irgendwelchen Leuten sein. Hatte ich hier nicht irgendwo ein Lagerausfall gebaut? Doch, hatte ich. Okay. Das Eisenberg, was direkt denn... Na, ist egal. Ich kommentiere das mal nicht. Granit gefunden. Yay. Granit. Okay. So. Aber wir können... Was jetzt hier so... So durch Wege machen, dass man fast vom Hafen direkt rüber gehen kann. Warum ist es eigentlich nicht direkt der Weg hier? Vermutlich ging das vor uns nicht wegen den Steinen. ... Ich kann es noch eins und kleinigen merke ich gerade wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ich denke, ich kann dann auch wieder die Schmiede einschalten. Die brauchen wir ja. Wir brauchen halt so Daten, die bekloppt. Obwohl sie uns auch wieder hier oben welche. Hoffentlich bald. Hier wird alles mit Essen vollgemacht. Insack ist letzter Hafenplatz. Ich habe alle offenbar. Das wundert mich ein bisschen. Und ich habe einen Bauernhof errichtet. Ich weiß nicht, was hier ist. Ich meine, die lang gehen, die Goldberg werden. Das sind nur noch die ersten. Die liegt halt übelst wie Gold rum, ne? Ich könnte eine zweite Münzbringade bauen. Das machen wir mal. Hui, das bisschen gehört mir nicht. Oder so. Ich könnte es ausbauen, um es auszumachen. Aber who cares? Der ist alle. Okay. Ja, dann sollst du mal hier wieder eine Fischerhütte hin, würde ich sagen. Hier. Angel. Als wäre das Letzte, was du tun konntest. Und die Barke oben ist jetzt auch fertig. Okay. 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 Ich habe gerade überlegt, ob das hier war, wo ich die Kohlekraft bergweg abgerissen habe. Aber das war nicht da. Das war nicht da. Ich habe wahrscheinlich auch keine Soldaten rumliegen, sonst wäre da schon längst einer drin. Genau. Richtig. Aber ich poliziere doch irgendwo Esel. Genau, hier poliziere ich Esel. Schade, dass das hier nur ein bisschen mäßig anläuft. Das finde ich wirklich schade. Ich habe nicht bergwegerichtet. Ich könnte mal hier so einen Weg dran machen, ne? Ah ja, es ging nicht. Das ging ja nicht. Ich vergaß. Okay.